Herzlich Willkommen zurück liebe Freunde hier bei die Säulen der Erde nun wir haben hier im Klostergarten der Nähe des Friedhofs haben wir so zwei Turkenboll die sich so ein bisschen darum streiten ob einer eine Pause hat oder nicht und ob er helfen soll oder nicht wir müssen das irgendwie schlichten ich muss diverse Leute erwähnen bei irgendeinem werden sie wahrscheinlich anbeißen den können wir noch erwähnen hier mehr gibt es nicht König Stefan Jack Jackson ist mein Vater jetzt bin ich Jack Jackson wer ist das denn nie von dem gehört das bin ich dachte du wärst Jack Builder naja weiß nicht so recht was ich von dir halten soll wenn ich ehrlich bin solltest du nicht arbeiten du hast die ganze Zeit nur durch die Gegend und erledigst eigentlich auch nichts halt du uns wenigstens nicht von der Arbeit ab verstanden vergesst es einfach König Stefan was haben wir noch für Leute Bruder Arnold der Suprior der kann euch ja hören da der Suprior oh fang mir bloß nicht mit Suprior Remigius an er ist ein hart arbeitender Mann das ist er kein Zweifel was dass er ein hart arbeitender Mann ist wer oh Gott das gibt doch Ärger was wie können sie es wagen wie könnt ihr es wagen schreit hier auf dem Friedhof herum wie wilde Heiden aber ich wir Ruhe wisst ihr überhaupt wie schwer die Arbeit eines Supriors ist wie viel Hingabe und schmerzhafte Arbeit es ist unsere Novizen zu unterrichten unsere Mönche und ihr wagt es mich eine Narren zu nennen wir haben doch nicht Ruhe sagte ich lasst mich über einen Weg nachdenken wie ich euch zwei verständlich machen kann welches betragen ich von euch in Zukunft erwarte die werden wohl eine Weile beschäftigt sein okay ich gehe wieder tschüss ne wir schenken euch unser Vertrauen wir nehmen Halt nein er ist ja beschäftigt ich kann er ist beschäftigt und so dank er ist uns so ich kann die Leute jetzt nach dem Buch fragen hier ich sollte besser jemanden fragen der sich mit Büchern auskennt hmm Horsänger junger Mönch Horsänger gut ich frage einfach nur den Mönch ich suche nach einer oder ist noch einer oh in Sharing und Winchester haben wir ein paar davon gesehen es gibt auch die ein oder andere Kopie in Salisbury glaube ich welches suchst du denn die Amoris hast du davon schon mal gehört ähm das war doch eine der Niederschriften in Winchester denke ich hast du es gelesen ich ich weiß nicht mehr genau hat er nur ein oder zwei Seiten klingt nach dem richtigen Buch und Winchester ist doch gar nicht so weit weg ich sollte ehrlich sagen was ich herausgefunden habe so und sie muss ja eh nach Winchester glaube ich an einer Kopie von dem Buch das Philipp geschrieben hat wir haben das Original letztes Jahr fertiggestellt ich wusste gar nicht dass er ein Buch geschrieben hat nur wenige wissen das der Inhalt ist er ist etwas kritisch was die Kirche und Bischöfe angeht nach seiner Erfahrung mit Bischof Walleron hat er sich mit etwas beschäftigt dass er Juditia Cleri nennt Juditia Cleri? die Urteile des Klerus? ja in der Vergangenheit gab es viele grausame Prüfungen um die Schuld oder Unschuld eines Mannes zu bestimmen der Herr selbst sollte über sie richten diese Verfahren nannte man Juditium Dei das Gottesurteil mancher musste glühende Eisen mit bloßer Hand halten andere wurden ertränkt und einige dem Scheiterhaufen übergeben wenn sie unschuldig wären würde Gott sie erretten es gäbe keine Märtyrer wenn das wahr wäre selbst Adolfus wäre verschont worden ja Gottes Wege sind unergründlich ja das harte Mittelalter ne das ist ein Schatten der Vergangenheit werden denn Grausamkeit führt stets nur zu mehr Grausamkeit aber ich habe von Wundern gehört Heilige die selbst den Scheiterhaufen überlebten ja Philipp glaubt das waren keine Gottesurteile sondern Urteile die der Klerus bestimmt hat Juditia Cleri richtig Märchen und manipulierte Richtsprüche um Freunde und Verbündete des Klerus freizukaufen falsche Wunder und die Kirche steckt dahinter klingt als wenn Philipp nach Ärger sucht wenn man jemanden solcher Scharlatanerie und Ketzerei bezüchtigt wird die Antwort darauf sicher nicht freundlich ausfallen dennoch glauben wir dass Philipp recht hat dies ist das zweite Jahrtausend es wird Zeit dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen hört sich so ein bisschen an als wenn die Kirche da in der Zeit gerade ein bisschen moderner werden will zumindest aus seiner Sicht aus Philipp seiner Sicht aber ich verkehrt auf ich arbeite wirklich nicht ich laufe den ganzen Tag wirklich nur durch die Gegend Salbe holen ein Buch finden sowas halt und ich habe noch Ameisen in der Hosentasche wer weiß wozu komm Jonathan erzählen wir Ellie was wir rausgefunden haben ne Katze ne dicke fette Katze jetzt klopf schon an Ronald von Chester und sein Heilbruder haben Stefan die Burg von Lincoln weggenommen jetzt haben wir die Chance sie zurückzugewinnen wir? wer ist wir? ganz England stöhnt unter neuen Steuern und wird zerrissen von diesem sinnlosen Streit du glaubst immer noch ich spiele nur herum ich glaube Richard hätte auch sterben können vor einer vorigen Entscheidung was würde da jetzt passieren? wahrscheinlich gar nichts oder? das ist kein Spiel das weiß ich wirklich es ist eine Ehre Ritter des Königs zu sein eine Ehre die eine Menge Geld kostet jetzt hast du dich zerbrochen da ist jemand an der Tür ich bin gleich zurück oh geh mal spielen Jack hey na ja was machst du hier? hast du Besuch? nein hast du einen Besucher? was denn? bist du etwa eifersüchtig? alles in Ordnung bei dir? ja es dauert nur eine Minute tut mir leid mein Bruder ist hier er muss bald nach Shiring zurückreiten ah verstehe nun gut ich wollte nur Bescheid sagen dass ich etwas über das Buch herausgefunden habe welches Buch? oh oh Witt hast du wirklich noch danach gesucht? ja natürlich warum auch nicht? ich weiß nicht es kam mir nur so vor als gäbe es gerade so viele Probleme auf der Baustelle wo wir gerade davon sprechen könntest du Philipp ausrichten dass mir eine Idee gekommen ist wie wir die Arbeiter bezahlen können? oh wie denn? ich werde all seine Wolle kaufen und selber wieder auf der großen Wollmesse verkaufen aber ich muss erst nach Shiring und das Geld besorgen alles klar ich werde es ihm ausrichten in Winchester haben sie eine Kopie der Amores ich glaube ich kenne da jemanden der es besorgen kann aber zuerst müssen wir dafür sorgen dass Philipp sein Geld bekommt und mit Percy spricht wem? Percy Hamley dem Grafen Percy Hamley ist ein fetter Töpel das weißt du ganz genau Glückwunsch jeder hat dich gehört ja und sie sind alle Bastarde ich denke ich sollte jetzt gehen in Ordnung sehen wir uns später Jack? natürlich jetzt kommt sie so an so jetzt muss ich zu Philipp diese Neuigkeiten verbreiten das Wort solltest du besser ganz schnell vergessen kleiner Bruder für sie hast du also Geld Ellie du belauscht mich also großartig der Handel mit Philipp wird ihm und uns helfen Richard Robert von Gloucester rückt in diesem Moment auf Lincoln vor morgen werden wir von Shiring aus losreiten und was ich von dir brauche ist Geld für ein neues Schwert und ein Gambison und ich will mein Schild in Stephans Farben bemalen lassen führt das alles irgendwo hin Richard? du bist nun schon seit Jahren damit zugange und hat der König je erwogen dich zum Grafen von Shiring zu machen? noch nicht aber ich habe Seite an Seite mit ihm gekämpft er kennt meinen Namen Ellie na gut das ist so viel wer natürlich meinen Chef mit Namen anspricht ich bringe das Geld mit so ich soll zum Bruder Philipp ich arbeite echt nicht ne ich laufe nur durch die Gegend so bist du Philipp da unten ja Aljena sagt dass ihr eure Arbeiter bezahlen könnt sie hat genug Geld um jetzt schon die ganze Wolle der Priorei aufzukaufen und dann selbst den Shiring weiter zu verkaufen so könnt ihr euer Geld früher bekommen ist das wahr? aber ihr müsst sie selbst nach Shiring begleiten sie muss das Geld erst noch holen je früher desto besser ich muss ohnehin mit Percy Hemley sprechen danke Jack aber jetzt gehe besser wieder zurück an deine Arbeit Tom will mit dir sprechen ja toll Tom ich bin wieder nicht fertig geworden ich habe alle Nester erledigt ich habe die Ameisen noch geteilt wo könnten die wohl für gut sein? wenn ich Tom jetzt anspreche wird er darauf bestehen dass ich auf der Baustelle bleibe und weiter arbeite habe ich hier draußen wirklich alles erledigt? ja ich denke ich bleibe noch etwas draußen und treffe Tom dann später arbeite weiter ist meine Aufgabe wenn ich Tom jetzt anspreche habe ich hier draußen ja ich gehe da jetzt hin oh 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 da steht Jack? was? wir müssen reden ach Gott du wolltest den Karkstein zu Ende machen und ich habe dich gelassen aber du hast es nicht einmal versucht wollte ich ja Supriori Migius hat mir gesagt du hättest die Mönche im Skriptorium gestört Philipp hat mir gesagt ich soll lesen üben die Bibel solltest du lesen nicht das seltsame Buch über das du dich erkundigt hast ach man pätzen alle ne? und dann vertust du deine Zeit einfach auf dem Friedhof und dem Markt und in der Küche und unterhältst dich den lieben langen Tag mit den Walkerinnen ich habe eine Salbe für sie gemacht ich wollte ihnen helfen stattdessen hättest du arbeiten sollen weißt du nicht dass wir kurz davor stehen den ganzen Bau zu schließen? wenn ich nicht vorgeplant hätte dann wäre es schon vorbei aber wie soll ich vorausplanen wenn ich mich nicht auf dich verlassen kann Jack? was? Vorsicht! nein weckt da die Steine alles in Ordnung? ja hier oben kommt schnell was ist passiert? dein Sohn glaubt ich hätte die Steine fallen lassen du hast sie raufgezogen nicht wahr? natürlich das ist meine Aufgabe er war bestimmt wütend weil er vielleicht keinen Lohn kriegt hör auf Alfred was? da ist so Gronkh der Chorleiter was war hier los ich bin mir nicht sicher aber da war ein Mönch er trug eine schwarze Kutte und als er sah dass ich ihn bemerkte lief er weg vielleicht war er es eine schwarze Kutte willst du damit sagen es war mein Fehler? nein nein ich kannte den Kerl nicht ich bin sicher er war nicht von hier nein Peter hat die Steine fallen lassen und will es nicht zugeben ich versichere da war ein Mönch in schwarz auf dem Markt war er aber nicht gesehen ich glaube ihm nicht ich habe einen Mönch in schwarz gesehen auf dem Markt was du nicht sagst ich war auch dort zur gleichen Zeit wie du erzähl was hat er getan als du ihn gesehen hast er fast hat zur Hüter getreten war er das? er wäre fast auf zwei Hühner getreten wartet Jack hat recht ich erinnere mich jetzt ja genau in diesem Vorfall kann ich mich auch beurdern und er ist in die Kathedrale gegangen ich gehe vorne raus und suche nach ihm du überprüfst die Rückseite mache ich da da geht nach links und wie hinterher wo ist er hin? hier könnte Richtung Müde gegangen sein Daumen du willst du meiner Mutter nach Ellie hey du hey bam was ist hier los Mönch Mutter Jack er ist kein Mönch er hat versucht mich umzubringen du hast was bitte ich ich wer ist denn das? du gehörst zu ihnen haben sie dich geschickt? bitte lass mich gehen weswegen hat man dich geschickt? Tom Bilder ich sollte Tom Bilder umbringen Tom? was geht hier vor? hör mir gut zu ich kenn dich ich kenn dein Gesicht sag ihnen du hättest es geschafft sag ihnen Tom Bilder sei tot aber sag es ihnen sonst werde ich dich finden ja lauter oder ich beleg dich mit einem Fluch ich werde ihnen sagen was du willst bitte was zum Teufel was war das? was sollte das? warum hast du ihn gehen lassen? er war hinter Tom her nach all den Jahren geht es wieder los was? sag Tom er soll sich bedeckt halten wenn wir Glück haben glauben sie dass er tot ist für das erste warum sagst du es ihm nicht? ich bin der Grund weshalb sie ihn töten wollen es ist meine schuld was ist deine schuld? wir hätten nie nach Kingsbridge kommen sollen Jack oh Gott das hat sich nur gemacht Brief von Fuences Untersuchung also dem Bruder vom Viertel nicht so interessant so wir sind hier unten im wie hieß das noch? in der Club da genau entschuldigt die Störung Philipp? bitte verzeiht ist alles in Ordnung? ich dachte gerade an meinen Bruder was ist? Aliena ist bereit mit euch nach Shiring zu reiten dann sollte ich sie nicht warten lassen so das machen wir noch zu Ende glaube ich so nach dem Ende war die Folge als wir los ritten gab Aliena ihrer Erleichterung Ausdruck dass Percy Hamley während des Wollmarks in Shiring Hof hielt und nicht in der Burg ihres Vaters ich hatte es Aliena noch nicht gestanden dass ich mir die Schuld am Schicksal ihres Vaters gab als wir auf eine große Gruppe von Bauern trafen die so verzweifelt wirkten wie die Flüchtlinge die seinerzeit aus Earls Castle gekommen waren spürte ich Schuld und Scham in mir aufsteigen wie die sie jetzt sagen auf dieser Reise Philipp hielt an um mit den Bauern zu reden und ich ebenso natürlich konnte er nicht an Menschen vorbeigehen die in Not waren nicht einmal wenn er unterwegs war um Kingsbridge vor einem weiteren Übergriff der Hamleys zu retten zwei der Bauern brachen in Tränen aus und bettelten um Essen Philipp war beschämt als sie den Saum seiner Kutte packten und um eine milde Gabe heischten aber wir haben jetzt sicher nichts dabei oder? sie sagten sie kämen aus Wiggly sie hätten unerlaubt eine Mühle gebaut und keine Steuern für das Malen an den Grafen von Shiring entrichtet ich biss mir auf die Lippe als sie den Titel nannten der meinem Vater gehört hatte zur Strafe hatte der Graf ihre Mühle zerstört Philipp schien sich unsicher zu sein was er dazu sagen sollte ich war weniger zögerlich ein Graf muss Verständnis zeigen ein Graf muss die nein das ich fragte sie warum sie unerlaubt eine Mühle gebaut hätten die Bauern erzählten uns dass die Mühlsteuer in ihrem Dorf verdoppelt worden sei die Bauern schrien der Graf habe auch ihre Felder verbrannt ihre Häuser zerstört und ihnen ihr Vieh weggenommen ein paar von ihnen seien getötet worden Philipp sagte ihnen sie sollten nach Kingsbridge gehen wir ritten weiter und er schwieg vielleicht hatte er angefangen die Hoffnung zu verlieren seine Probleme mit dem Grafen in Shiring zu lösen ok weiter ich hatte den Hemleys nie getraut und doch war ich anscheinend im Laufe der Jahre sorglos geworden sie hatten getan was sie König Stefan und mir versprochen hatten doch eigentlich hätte ich wissen sollen dass sie am Ende ihr Wort brechen würden während ich diese finsteren Gedanken wälzte kamen wir in einem Galgen vorbei an dem zwei Männer baumelten eine alte Frau stand neben einem der Gehengten und knurrte uns wütend an ja warum sind die Woche gehängt worden wollen wir mit der alten Frau sprechen wir sprechen nur direkt nach Shiring wir sprechen noch mit der Dame sie sah an wie ein in die Enge getriebenes Tier Philipp wollte wissen was geschehen sei sie lachte schrill und schüttelte den Kopf sie durchsuchte weiter die Kleider der Toten sie hatte ihnen schon die Schuhe ausgezogen und bei einer der Leichen ein paar Münzen gefunden erst jetzt sah ich dass irgendjemand Fuchsschwänze an die Leichen gebunden hatte man hatte ihnen die Hände abgeschnitten und ihre Gesichter waren versenkt was wer macht denn sowas ich fragte mit strenger Stimme was mit den Männern geschehen sei die alte Frau lachte schrill und meinte sie hätten mit Feuer gespielt als Philipp sagte sie solle bei Gott meine Frage beantworten wurde sie ernst sie erklärte ihm diese Männer seien Wilddiebe und bei der Jagd in den Wäldern des Grafen ertappt worden Philipp ritt weiter und als ich zu ihm aufschloss konnte ich sehen dass er jetzt entschlossener denn je war mit Percy Hamley zu reden so dann mal auf nach Scheibing Aliena ritt an meiner Seite ohne zu wissen dass ich seit langer Zeit am Schicksal ihrer Familie schuld war seit ich damals den Fehler gemacht hatte Warren Bigot zu vertrauen ich fühlte mich wie eine Fliege im Spinnennetz jede Bewegung die ich machte schien mich tiefer zu verstricken aber dann riss mich Alienas Ausruf als sie an mir vorbeipreschte aus meinen Gedanken Scheibing rief sie ja sie kommt im guten nach Hause nur sie ist da kein Herr mehr oder nicht mal die Frau so das nächste Kapitel fertig so dritte Kapitel fertig beziehungsweise das zehnte das ist er also so ein Gesicht vergisst man nicht wenn euch jemand eine Audienz beim Grafen beschaffen kann dann Vogt Eustace ich hoffe Percy Hamley wird uns mehr Verständnis entgegenbringen als den Leuten von Wiggly ich frage mich was für ein Mensch Percy Hamley geworden sein muss um Leute fürs bloße Wildern zu töten seid gegrüßt Vogt ich muss mit dem Grafen reden es geht um eine rechtliche Sache von größter Wichtigkeit Stellt euch hinten an Mensch Warten Sie alle darauf ihn zu sehen? Was habt ihr denn erwartet an einem Gerichtstag? Ich fürchte das wird etwas dauern ich suche dann mal nach Richard da er morgen in die Schlacht zieht braucht er neue Ausrüstung hoffen wir dass der Graf uns gegen den Bruch unseres Abkommens mit den Hamleys Unterstützung gewährt ich will auch mit Meg über den Verkauf der Wolle der Priorei sprechen wir werden einen Weg finden die Kathedrale weiterzubauen mit dem Stein und Holz das sie uns weggenommen haben oder ohne das müssen wir so wir sollen jetzt also Richard finden wir müssen noch nach Meg und so weiter und so weiter das sehen wir in der nächsten Folge macht's gut Leute ich bin raus tschö tut Buße denn das Königreich des Himmels ist nah